Ich hoffe, ich krieg das hin. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft habe. Du Scheiße. Geil, geil, geil. Und ich jetzt, oder nicht? Das andere ist der wie Markus. Weiter hoch. Ja. Das schaffst du, Markus. Ich muss nichts einstellen bei dem Mistding. Ich will aufwarten. Also, ich habe es nicht gemacht. Ja, klar. Den Zirkus. Hast du es auch schon mal gemacht? Nein, aber ich will es. Nein, ich spreng. Sag mal, wenn du sprengst. Rückwärter, aber. Markus, das erste Mal atmen. Das erste Mal, du gehst nicht in aller Ruhe atmen. Und dann umdrehen. Und dann umdrehen. Und dann umdrehen. Ich will mich eigentlich immer wieder jederzeit rumdrehen. Träte dich mal drüber zu mir einfach. Du kannst ja wieder rumdrehen. Verstehe? Nur das du wohl das Gefühl wieder hast. Noch mal ein Foto von dem, wenn ich hier oben stehe. Das ist das letzte, wo ich noch liege. Kann mich da. Oh Gott. Oh, Alter. Markus, 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 Markus. Wir haben ja keinen Rubikzwang, oder? Keinen Rubikzwang, oder? Nein, gar nicht. War auch gar nicht. Markus, die Kamera ist schwer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ding ist auch noch voll weit weg. Ja. Ich soll ja erst mal zwei Bilder nach unten wahrscheinlich. Nee, Markus. Wir machen ein bisschen Wasser. Markus, Augen zu, da kann nichts passieren. Ich weiß, dass nichts passieren kann. Weißt du, wie hoch das ist? Hammer hoch, klar. Ja. Ja. Du, du hast gut reden. Du hast noch nicht mein Gurt an. Ja. Ich mach's dann nachher ohne Gurt. Äh. Die Runde bitte weg. Die Spannung. Sieht gut aus, Markus. Sieht sehr gut aus. Einmal laut schreien. Nein. Und dann runter. Es geht nicht mal um springen, Horst. Ich muss mich fallen lassen. Was nimmst du auf, oder was? Ja. Oh Gott. Wie viele Meter sind das eigentlich? Sieben. Sieben. Ich springe jetzt mal auf die Fünfer in der Kasse. Hände auf die Seite. So. Spannung auf den Körper. Konzentriere dich. Spannung. Hände auf die Seite. Spannung. Und lass dich langsam nach hinten fallen. Ist das sicher? Ja. Seid ihr soweit? Ja. Ah. Ah. Ich springe. Ah. Ah. Ich bin schmiert. 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 Ja. Ich bin schmiert. Markus, mach ein Jahrzehnt. Wir waren. Sieh auf. Zeig mal die Fotos. Siegerfoto, Markus. Ja, jetzt noch ein Kommentar dazu, oder? Ich muss sagen, die Adrenalin war vorhin schneller als jetzt. Also mehr. Weil ich irgendwie... Weil ich es jetzt wie einen Baum gezählt habe, war es okay. Hammer. Also von da oben runter bist du da. Oh, scheiße! Ich bin der erste! Ich mag auch ein bisschen. Ja, ich hab hier auch noch ein paar. Sehen so viele Bilder, aber... So long.